Malida, letztes Jahr schon Michaela Schäfer hier. Hallo! So Freunde, hier ist es. Da steht Melanie Müller am Eingang. Und? Nein, guck mal ein kleines Bild. Wir sind im Paradies. So Freunde, willkommen im Discotec 2016. Der Marvin ist zum ersten Mal dabei. Hi. Welcome to Paradise. Melanie Müller gar nicht sehen gehabt. Okay, nochmal. Da ist sie. Da ist sie. Ja, in Karin. Kannst du mal filmen? Ja. Das ist wirklich schon. Melanie Müller, Freunde. So, wir trinken jetzt einen Käpt'n und dann geht's weiter. Bis gleich. Freunde, hier. Backstage-Band mit Leuchte. An dieser Stelle hier grüßen wir einmal die Mutti. So, Disco-Contact, Freunde. Wir sind am Rumlaufen hier in der Messerhalle. Und hier ist eine Hitze. Nicht mehr schön. So, dann gucken wir mal was gerade auf. Jelly-Bomb. Ah, da sind die Getränke da. Markel-Pudding, Alkohol. Ah, kennt ihr denn vorne? Hintze. Ja, hier die himmlischen Hintze sind nicht. Hintze sind ja gar nicht. Nur da ist sie überhaupt nicht. Hintze ist ein Stasys und so einfach weiß ich nicht. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Dann kann man doch die Darts benutzen. Nein. Mittagsgrupfen lassen wir so nach. Hintze ist gut? Ja, ja. Schlafen! Finger weg! Sonst sieht man nichts. Der erste Richtige. Ja. Hi! Servus! Alles klar? Na klar, bei dir? Ja, selber. Du hast jetzt auch YouTube hier, habe ich gesehen. Das ist geil. Habe ich sogar abonniert. Machst du noch als Kodex? Nee, das machen wir nicht mehr. Wir machen jetzt nur so Festivals und so. Geil, ja. Also nichts mehr wöchentliches, aber im Sommer und Wochen. Da kannst du den besten Termin noch aussuchen. Ja, das ist geil. Meinst du, bist du da Video mit dabei? So, oder? Na, Fernmesser. Hi! Hallo! Freunde hier, Malida, letztes Jahr schon Mikaela Schäfer hier. Hallo! Geiles Outtrip diesmal rüber, ey. Aber meine Brüste auch mit auf. Ja! Jo, man. Coole Nummer. So, bis dann. So Freunde, Bromialarm hier auf dem Disco-Contact. Der Marvin ist hier ja ganz begeistert. Der Marvin ist hier ja ganz begeistert. Marvin, guck mal hier sind lauter hübsche Mädels. Ja, so halbwegs. Warte, ihr schaut nach Hübsche Mädels. Hallo! Ich mach Video. Hallo! Danke! Ganz normaler Wahnsinn. Ja, machen wir halt mal. Ja, wir wollen ja doch vorhin da irgendwie lang. Ja, aber da gab's keinen Weg mehr. Hallo! Ah, frische Luft, Freunde. Hier ist so warm. Letztes Jahr war es so kalt, dass man nicht drauchen kann draußen. Dieses Jahr ist es so warm, dass man drinnen nicht stehen kann. Und letztes Jahr haben wir es draußen rauskalt. Heute war es so kalt. Halt mal auf Ihren Arsch! Das ist so kalt. Das ist so kalt. Das ist so kalt. Das ist richtig kalt. Danke! Gerne! Danke! Fingisch ist geil. Droja, Freunde. Kann ihr das? Fingisch geil. Denk schon mal mit Sprite. So, ich meld mich nachher zurück. Hi! 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 Wir sind hier hier Mr. Bean. Danke schön. Die Mädels trennen ja schon mit Glitzer rum. Wie da? Der Marvin ist ja schon voll dabei. Wir sind keine halbe Stunde hier, gell? Geht schnell hier. Kann ich mich hier treffen? Ja! Gestern war mein Traum.